Die Infinin Technologies AG ist ein im Jahr 1999 durch die Ausgliederung des Halbleitergeschäfts der Simmons AG über einen Börsengang im Jahr 2000, entstand einer Halbleiterhersteller. Die Unternehmenszentrale Kampion befindet sich seit Ende 2005 in der Gemeinde Neubiberg. Infinin Technologies bietet Halbleiter- und Systemlösungen mit Schwerpunkt auf den Themen Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit. Das Unternehmen gliedert sich in die Geschäftsbereiche Automotive, Industrial Power Control, Power Management und Amp Multimarket sowie Chipcard und Amp Security. Mit weltweit rund 35.424 Mitarbeitern erzielte Infinin im Geschäftsjahr 2015 einen Umsatz von 5,795 Milliarden Euro. Das DAX-Unternehmen ist an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symboli FX notiert. Geschäftstätigkeit und Geschäftsbereiche Aktivitäten nach Geschäftsbereichen nach mehreren Umstrukturierungen umfasst Infinin 4 Geschäftsbereiche Automotive. Infinin liefert Halbleiter-Produkte für den Einsatz im Antriebsstrau, der Komfortelektronik sowie in Sicherheitssystemen. Das Produktportfolio umfasst Mikrocontroller, Leistungshalbleiter und Sensoren. Im Geschäftsjahr 2013 belief sich der Umsatz des Segments auf 1,714 Milliarden Euro Industrial Power Control. In der Industriesparte des Unternehmens sind Leistungshalbleiter und Majul gebündelt, die bei Erzeugung, Übertragung und Verbrauch elektrischer Energie zum Einsatz kommen. Zu den Anwendungsfeldern zählen die Steuerung von elektrischen Antrieben für Industrieanwendungen wie zum Beispiel für Maschinen und Lokomotiven und Haushaltsgeräte. Die Halbleiter-Komponenten werden darüber hinaus in Modulen für erneuerbare Energieerzeugung in Solar- und Windkraftanlagen sowie Energieübertragung und Wandlung eingesetzt. Im Geschäftsjahr 2013 erzielte IPC einen Umsatz vom 651 Millionen Euro Power Management und Amp Multimarket. Die Division Power Management und Amp Multimarket fasst das Geschäft mit Chips für energieeffiziente Stromversorgungen und Hochfrequenzanwendungen. Zusammen, diese werden vor allem in Konsumgütern wie Fernsehern, Spielkonsolen, PCs, mobilen Endgeräten sowie in Computerservern eingesetzt. PMM erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2013 einen Umsatz von 987 Millionen Euro. Chipcard und Amp Security Der Geschäftsbereich CCS liefert Mikrocontroller für SIM-Karten der Mobiltelefonie, Sicherheit-Chips für Bezahlkarten und Zugangsberechtigungskarten sowie chipbasierte Lösungen für Reisepässe, Personalausweise und sonstige behördliche Dokumente. So liefert Infineon beispielsweise einen beträchtlichen Teil der Chips für den neuen deutschen Personalausweis. Darüber hinaus entwickelt CCS Lösungen für Anwendungen mit hohen Sicherheitsanforderungen wie zum Beispiel Bezahlfernsehen, Trusted Computing sowie der Near Field Communication. Der Umsatz dieser Sparte lag 2013 bei 463 Millionen Euro. Die beiden Divisionen IPC und PMM entstanden durch Aufteilung des Geschäftsbereichs Industrial und Amp Multimarket am 1. Januar 2011. Der ehemalige Geschäftsbereich Speicherchips wurde im Jahr 2006 in die Tochtergesellschaft Kimonda ausgelagert, von der Infineon zuletzt noch etwas über drei Viertel hielt. Im Januar 2009 hat Kimonda beim Amtsgericht München Insolvenz beantragt. Am 7. Juli 2009 hat sich die Infineon Technologies AG mit dem US-Investor Golden Gate Capital auf den Verkauf ihres Segments Wireline Communications. Über 250 Millionen Euro vertraglich geeinigt. Das dadurch neu entstandene Unternehmen firmiert jetzt als Lentic. Am 31. Januar 2011 wurde der im August 2010 beschlossene Verkauf des bisherigen Geschäftsbereichs Wireless Solutions an Intel abgeschlossen. Das dadurch neu entstandene Unternehmen hat weltweit rund 3.500 Mitarbeiter und firmiert jetzt als Intel Mobile Communications GmbH. Aktivitäten nach Regionen in Finnien ist weltweit tätig und steuert seine Aktivitäten auch über Landesgesellschaften. In den Vereinigten Staaten aus Milpitas, Kalifornien, im asiatisch-pazifischen Raum aus Singapur und in Japan aus Tokio. Nach Regionen aufgeteilt wurden 41% des Umsatzes in Europa, davon 21% in Deutschland, 13% in Nordamerika und 46% im asiatisch-pazifischen Raum und Japan erzielt. Tochterunternehmen die Danube Integrated Circuit Engineering GmbH und Empco. KG konzentriert sich auf die Entwicklung von Chips für den Mobilfunk. Infineon hält 50,3% an der DICE. Die Infineon Technologies & Services GmbH wurde 2004 gegründet und betreut von Klagenfurt aus wesentliche Teile der weltweiten IT von Infineon. Infineon hält 100% der Infineon Technologies & Services GmbH. Die Infineon Technologies Bipolar GmbH mit Sitz in Wahlstein ist seit 2007 ein gemeinschaftliches Tochterunternehmen von Infineon und Siemens. Infineon hält 60% der Unternehmensanteile und Siemens 40%. Geschichte Ausgliederung aus der Siemens AG Die Siemens AG hatte Infineon ausgegliedert, da dem Konzern das Speicherchick-Geschäft zu volatil war. Nach dem zunächst erfolgreichen Börsengang sank der Anteil von Siemens durch Paketverkäufe unter 50% im Dezember 2001. Im Januar 2004 und im März 2006 wurden alle restlichen Anteile veräußert. Name Infineon ist ein Kofferwort und setzt sich aus Infinity und E.ON zusammen. 2000er Jahre Zum 1. Mai 2006 geliederte Infineon seine Speichersparte unter dem Namen Kimonda als eigenständige Gesellschaft mit 12.000 Mitarbeitern aus. Das neue Unternehmen wurde im August 2006 an der New York Stock Exchange gelistet. Infineon gelang es allerdings zunächst nicht Altaktien zu platzieren. Stattdessen ging der gesamte Emissionserlös durch Ausgabe neuer Aktien an Kimonda. Infineon hielt im Oktober 2008 rund 77. 5% aller Aktien an der Gesellschaft. Kimonda meldete am 23. Januar 2009 Insolvenz beim Amtsgericht München an und war zu diesem Zeitpunkt nach wie vor mehrheitlich im Besitz von Infineon. Unmittelbar vor der Übernahme der in Baden-Württemberg erzielten Tarifeinigung der Metall- und Elektrobranche nach Bayern ist Infineon am 13. November 2008 aus dem Bayerischen Arbeitgeberverband ausgetreten. Peter Bauer, der seit 2008 Vorstandsvorsitzender von Infineon war, schied am 30. September 2012 auf eigenen Wunsch wegen gesundheitlichen Gründen aus dem Vorstand aus. Reinhard Ploss trat zum 1. Oktober 2012 seine Nachfolge an. Infineon gehört zu den ersten Unterstützern der Fido-Allianz, die seit 2013 den Industriestandard Universal Second Factor für eine allgemein anwendbare Zwei-Faktor-Authentifizierung entwickelt hat. Am 20. August 2014 gab Infineon bekannt, international rechte Feier bis Ende 2014 für einen Barpreis von ca. 3 Milliarden US-Dollar übernehmen zu wollen. Die Übernahme wurde schließlich am 13. Januar 2015 abgeschlossen. Am 18. Mai 2016 wurde der Vorstand um ein viertes Mitglied erweitert. Mittwoch 1. Juli 2016 wird Jochen Hanebeck das neu geschaffene Ressort Operations leiten. Gleichzeitig gab Aron Gemittal seinen Austritt als Vorstandsmitglied bekannt. Er wird ab 1. Juli 2016 durch Helmut Gassel ersetzt. Vorstand Reinhard Ploss Vorstandsvorsitzender Dominik Asam Aron Gemittal Helmut Gassel Jochen Hanebeck Strategische Partnerschaften Global Foundries UMC TSMC TSMC Aktie Die Aktie ist eines der volatilsten Papiere im DAX. Vor dem Ausgabetag am 13. März 2000 war die Emission von 5,2 Millionen Interessenten 33-fach überzeichnet und nur jeder sechste Frühzeichner erhielt per Losverfahren Aktien zugeteilt. Dabei kam ein Orderverfahren zum Zuge, das die Anzahl der zugeteilten Aktien deutlich einschränkte. Wer zum Beispiel 50 bis 249 Aktien bestellt hatte, bekam lediglich 40 Aktien zugeteilt. Bei 250 bis 499 bestellten Aktien wurden 70 ausgegeben und so weiter. Bestellungen nach dem 1. März wurden unabhängig von der Bestellmenge auf 35 Aktien limitiert. Der offizielle Ausgabepreis war 35 Euro, für Frühzeichner 34 Euro. Bei Eröffnung der Börse am ersten Handelstag startete der Kurs mit 70,20 Euro und kletterte innerhalb weniger Stunden bis auf 84,75 Euro, um am Ende des Tages auf unter 70 Euro zu fallen. Bei rechtzeitigem Verkauf war für die Infineen-Aktionäre am ersten Handelstag ein Kursgewinn von über 140 Prozent möglich. Ab Mitte 2002 bis März 2015 schwankte der Kurs weitgehend zwischen 5 und 12 Euro, mit einem gewaltigen Einbruch Ende 2008. Anfang 2009 der bisher niedrigste Wert lag am 10. März 2009 bei 0,34 Euro. Für die Jahre 2011 und 2012 wurde jeweils 0,12 Euro Dividende je Aktie gezahlt. Gegenwärtig befinden sich ein 100 Prozent der Aktien im Streubesitz. Kontroversen Verurteilung wegen illegaler Preisabsprachen. Im Juni 2002 wurden vom US-Justizministerium Untersuchungen gegen Infineen und andere Dram-Hersteller wie die südkoreanischen Konzerne Samsung und Heinex angestrengt. Nachdem sich Computerhersteller über die steigenden Speicherchippreise beschwert hatten. 2004 bekannte sich Infineen gegenüber dem US-Justizministerium als erstes dieser Unternehmen für schuldig. Zwischen Juli 1999 und Juni 2002 durch illegale Preisabsprachen bei Dram-Speicherchips die Verbraucher bzw. Computerhersteller wie Dell, IBM und Apple geschädigt zu haben und erklärte sich bereit, in Raten bis zum Jahr 2009 160 Millionen US-Dollar als Entschädigung zu bezahlen. Am 2. Dezember 2004 erklärten sich vier leitende Angestellte bereit, Gefängnisstrafen von vier bis sechs Monaten anzutreten und je 250.000 US-Dollar Geldstrafe zu bezahlen. Ein Infineensprecher erklärte hierzu, dass diese Verurteilung eine Angelegenheit der betroffenen Manager sei und die Firma Maßnahmen getroffen habe, weitere Auswüchse dieser Art zu verhindern. Am 19. Mai 2010 verhängte die EU-Kommission der Infineen AG ein Bußgeld über 56,7 Millionen Euro wegen verbotener Preisabsprachen für Dram-Chips mit den Chip-Herstellern Micron, Samsung, Hynix, NEC, Hitachi, Zosen, Mitsubishi, Toshiba, Elpida und Nanya. Korruptionsskandal Im Juli 2005 ermittelte die Münchner Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts auf Bestechlichkeit, Untreue und Steuerhinterziehung gegen Infineen-Top-Manager. Namentlich genannt wurden Andreas von Zitzewitz, ehemals CO und Vorstand der Speicherchip Sparte, Harald Eggers, früher Infineen-Manager, der das Schweizer Technologieunternehmen Unaxis Holding AG leitete, und Udo Schneider, Betreiber der Schweizer Sponsoring-Agentur BF Consulting. Daraufhin trat Andreas von Zitzewitz am 18. Juli 2005 mit sofortiger Wirkung als Vorstand zurück, Mitarbeitervertretung. Bei den Betriebsratswahlen erhielt am Hauptstandort Campeon die Arbeitsgemeinschaft unabhängiger Betriebsangehöriger den größten Stimmenanteil. In Koalition mit einer anderen gewerkschaftsunabhängigen Arbeitnehmervereinigung, dem Arbeitskreis Ingenieure und Naturwissenschaftler, bildet sie eine knappe Mehrheit gegenüber zwei gewerkschaftsorientierten Listen, der IG Metall und den Hightechs AUB und Johannes Feldmayer. Die Nachfolgeorganisation der AUB bei Infineen nennt sich FMC. Im Zusammenhang mit Zahlungen der Siemens AG an den damaligen AUB-Vorsitzenden Wilhelm Schelsky wurde Johannes Feldmayer, ein Mitglied des Infineen-Aufsichtsrats, zu einer Geldstrafe und einer Gefängnisstrafe verurteilt, die gegen Bewährung ausgesetzt wurde. Feldmayer ging dagegen in Berufung, er blieb als Management Consultant. Mitglied des Infineen-Aufsichtsrats, Heinz Joachim Neubürger, ein ehemaliger Siemens-Finanzvorstand, gegen den ebenfalls im Zusammenhang mit Zuwendungen an den ehemaligen AUB-Vorsitzenden ermittelt wurde, war bis 2002 Mitglied des Aufsichtsrates von Infineen. Am 26. Februar 2009 zog er die Berufung zurück und legte sein Amt im Aufsichtsrat nieder. Unternehmensethik Alle Produktionsstandorte haben eine OHSAS 18001-Zertifizierung für das Arbeits- und Gesundheitsschutzmanagementsystem. Infineen praktiziert nach eigenen Angaben einen präventiven Ansatz mit dem Ziel, mögliche Gefahren zu minimieren. Es geht um die Vermeidung von Unfällen und darum, allen arbeitsbezogenen Ereignissen vorzubeugen, die eine Verletzung oder Erkrankung zur Folge haben könnten. Infineen wurde im September 2010 in den Nachhaltigkeitsindex Dow Jones Sustainability Index aufgenommen.